Eine Rundezeit haben wir heute nicht zusammengebracht, das war auch nicht der Fokus, bei euch nicht. Ihr wolltet Meter machen, wir müssen Meter machen. Ihr habt ein ganzes Auto, ich habe nur noch ein halbes Auto. Zur Abwechslung treffen wir uns mal eine Rennstrecke, ne Kevin? Aber was ist der Unterschied heute? Wir haben neue Rützen. Geil, ne? Wir haben Montag nach VLN3, Testtag, steht an mit dem Lambo, mit dem BMW von Jörg Rohde. Und es war eigentlich auch geplant mit dem Porsche Cayman. Den haben wir aber leider letzte Woche Freitag beim freien Training durch einen Unfall verloren. Und der ist so stark beschädigt. Steht gerade schon in der Firma, den haben die Jungs Freitag, Samstag komplett zerlegt. Und geht heute Morgen zum Karosseriebauer. Ja, bad. Aber Motorsport halt. Deswegen können wir den Testtag für den Cayman nicht nutzen, aber gut. Zur Abwechslung haben wir mal schönes Wetter. Die Strecke ist zwar noch, ich sag mal, 80 Prozent a little bit wet, aber die Sonne kommt raus. Und wir versuchen einfach zwei Sachen. Wir wollen richtige Long Runs machen. Also Long Runs heißt immer so sieben, acht Runden fahren mit dem Lambo. Das werde ich heute übernehmen. Der Heiko. Der Heiko, Kevin, weißt du wo der ist? In Mallorca auf dem Trainingslager. Wir werden aber den Christoph Breuer von Mantei dabei haben. Der auch mal ein paar Runden mit dem Lambo fährt, um uns auch mal so ein bisschen Eindrücke zu geben, was er so vom Fahrverhalt verhält und 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 und. Weil er ist wirklich auch ein richtig guter. Mit dem bin ich früher 2013, 2014 bei Räder auf dem Audi TTS gefahren und dann bei Mantei auf so einem Cap MR 2015. Und das ist wirklich ein richtig, richtig guter. Er wird einfach mal ein paar Eindrücke gegeben. Der will auch gleich mal den BMW fahren. Das Ziel, wie gesagt, Long Runs am Lambo. Und für die beiden hier, Sebastian Krämer und Jörg Rode, einfach mal Nordstreife fahren mit dem Koffer. Weil am 18.05., also in drei Wochen, steht die erste RCN für die beiden an. Und ich denke, spätestens in zwei Stunden werden wir hier echt geile, geile Bedingungen haben. Der Kevin nimmt euch mal wieder ein bisschen mit. Wir sind auch eine kleine Truppe. Der Musti ist dabei und der Christopher Töhne für den BMW. Und dann Dennis Flo und Dennis als Ingenieur und Jako als Ingenieur für den Lambo. Also hoffen wir mal, dass wir nach dem Chaos, nach dem Wetterchaos bei VLN2 nachher nicht wieder hier stehen und sagen, hm. Also wir wollen eigentlich an den Freitag von VLN2 anknüpfen. Also wir schauen mal. Also wenn auch noch einer von Dunlop kommt. Ein Dunlop Ingenieur kommt gegen Mittag. Weil wir auch noch in Dunlop Reifen fest sind. Und zwar wieder in Dunlop Ingenieur. olden Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jalla Barcelona! Jalla Barcelona, warte! Komm, wir müssen weiter! Die Reifen kann man auf jeden Fall mal fahren. Aber sehr, sehr vorsichtig. In Arten auch siehst du gar nichts. Das ist wie komplett Nebel. Komplett anderes, ganz anderes Wetter. Du musst halt auffassen. Weil da ist nirgendwo Sonne und es ist halt überall so noch feucht. Okay, danke. Wollte, alles gut. Hallo! Guten Morgen Kleine Stadt! Hast du gut geslafen? So! Super toll! So! 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 So ein bisschen furcht, ein bisschen ran tasten, alles gut. Schön locker machen, alles locker. Wir sind jetzt hier nicht um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ach, ist das nicht heute? Nein, heute wird die Weltmeisterschaft gewonnen. Geh mir bitte in die Falle und alles schön. Ja, ich dachte, das wäre heute. Wirklich dich dran hältst, dass du auch reinkommst und nicht eine Runde überdrehst. Weil im Rennen ist es sehr wichtig, dass du dich da schon mal orientierst. Und falls was sein sollte, kommst du einfach rein, weil du irgendwelche Probleme hast. Kommst einfach direkt rein. Sechs Runden. Also nach der fünfte halte ich dir das Schild raus, wenn du vorbeikommst und dann geht es in die Attacke. Nach der fünfte? Ja, wenn der fünfte vorbeifährt, mache ich das Schild, winke, winke und dann kommst du rein. Go, 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 go! Ich weiß. Okay. Okay. Aber dainha chợ. Ich verscheide das Schild, wenn du mit einulously kapitierst, 厲st du hier? Ja. Das war's für heute. Musik 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 Ja, wir haben jetzt den halben Tag schon rum, wir haben halb zwei, es läuft echt gut. Das Wetter ist traumhaft, die Strecke ist komplett trocken, das ist das erste Mal, auch die Temperaturen sind jetzt da, Asphalttemperatur 20 Grad, wir sind jetzt fast schon 20 Runden gefahren, der Christoph und ich, passt wirklich alles soweit, wie ich schon beim anderen Video erwähnt hatte, wir hatten ja die ganze Zeit immer zwei 18er Speck Reifen, wir probieren jetzt mal den neuesten, den 219er Speck, wir machen jetzt nochmal so einen Test gegeneinander, ich war jetzt erstmal nagelneuen alten, dann nagelneuen neuen, wir haben auch die Probleme, die wir zu VLN2 hatten, mit den Temperaturen und Reifen, die da zu arbeiten kriegen, die sind jetzt einfach weg, Der Reifen funktioniert, selbst der 218er natürlich, da funktioniert es jetzt auch. Rundenzeit können wir nicht viel zu sagen, wir sind zwar hier auf so einem offiziellen Trackday, es sind eigentlich nur so Trackday Autos, aber es ist einfach teilweise chaotisch auf der Strecke. Teilweise denkst du, du bist hier mit 300 Autos auf der Strecke, die fahren hier in Kolonnen, fahren hier auch mit dem Abstand schnellsten Auto, hier ist kein weiterer GT3-Wagen, es sind alles kleinere Autos. Ist okay, wir wollen Meter machen, da kommt es jetzt nicht auf eine Rundenzeit drauf an, aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und der Christoph hat uns auch ein paar Infos gegeben, konnte auch mal ins Auto reinfühlen, wird jetzt gleich auch nochmal ins Auto gehen. Also muss ich wirklich sagen, wenn das Wetter immer mitspielt, so wie beim letzten Mal, dann sind wir immer happy bis jetzt mit unserem Bolle. Und ja, mit dem BMW auch. Die Jungs haben auch, glaube ich, jetzt schon 18, 19 Runden durchgezogen. Christoph ist drei oder vier Runden mal gefahren, hat noch zwei, drei kleine Änderungen am Clicking mal versucht, aber die Basis hat schon wirklich gut gepasst. Und die fahren jetzt einfach, die kriegen jetzt nochmal einen nagelneuen Satz Licks, die beiden hier, die freuen sich wie Juck. Und dann fahren jetzt nochmal drei Stunden und bis jetzt alles nur positiv. Toi, 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 kein Kratzer dran. Es funktioniert alles. Der Kevin hängt überall und nirgendwo, der Kevin, wir haben schon mal auf der Strecke vorhin gesehen. Wir nutzen das jetzt noch weiter und hoffen so maximal alles Mögliche hier rauszuziehen an Daten und an Eindrücken, die wir gewinnen können. Weil es wird wahrscheinlich der letzte Test vor unserem wirklichen ersten Rennen, Foul in vier, in mehr als zwei Monaten sein. Wir haben da fast keine Option mehr noch was zu machen. Deswegen ist es halt Ziel. Fahren, fahren, fahren und wirklich gucken, dass wir weiter lernen und das Auto verstehen. Und du auch. Du auch verstehst, was für einen Trouble man sich ja eigentlich antut ab morgens um 7 Uhr. Genau. Okay, also ich gehe jetzt wieder, weil ich bin dran und Kevin geht wieder in die Sonne, ne? Ja. Du bist ja im Auto die ganze Zeit auch unterwegs, ne? Ja, die ganze Zeit. Er fährt mit dem Auto um die Strecke, um uns so ein bisschen einzufangen. Genau. Muss man auch vielleicht dazu sagen, ist für mich auch das zweite Mal Nordschleife. Also ich muss auch erstmal die ganzen Spots finden. Also wir werden ja noch ein richtig motorsportiertes Video machen zum 24 Stunden Rennen über den Cayman. Ob wir das Nissan Projekt mitnehmen können, das wissen wir noch nicht, ob dir das halt erlaubt ist. Aber Cayman auf jeden Fall und das wird dein Meisterstück. Das wird mein Baby. 24 Stunden, vier Tage nonstop Vollgas, inklusive Vorbereitung. Also, weiter geht's. Das wird mein Baby. Das war's für heute. Wir sind dann in der zweiten Runde im Schwedenkreuz. Jeder weiß vielleicht, wo Schwedenkreuz ist oder der sich ein bisschen mit auskennt. Wir haben jetzt in die Daten geguckt. Ich habe in die Bremse getreten, beim Anbremsen in Ahrenberg, also in die Fuchsgröhe rein. Und das Bremspedal ist einfach durchgeschlagen. Und wir haben jetzt gesehen, dass eine Bremsleitung geplatscht ist. Also das gönne ich keinem. Also Fahrfehler und so können ja immer passieren. Aber wenn du nichts machen kannst und rutscht mit über 200, der Leit bleibt entgegen. Also ich denke, ich bin locker. Grober Einschlag, 160, 170 kmh noch durchs Kies. Dafür sieht das Auto noch ganz gut aus. Ist halt richtig kaputt. Achsen rausgerissen vorne, hinten. Splitter, Unterboden. Außer Knöschel gestaucht. Krankenwagen war ja auch da. Strecke war bestimmt anderthalb Stunden wegen uns gesperrt. Ist mir echt nichts passiert. Da nochmal echt Chapeau an die Hersteller heutzutage, wie sicher die Dinger sind. Bis dahin war es gut. Bis dahin kann ich nichts schlechtes sagen. Bis dahin haben wir echt... Also es ist immer mehr so, dass ich sage, das war die richtige Entscheidung auf so ein GT3-Auto zu wechseln. Und da machst du halt nichts. Da bist du nur Passagier. Ist zwar doof, weil ich verstehe nicht, wie sowas passiert. Das passiert. Aber die war auch gar nicht. Die war eigentlich neu im Winter, die Bremse. Die Bremsleitung. Krass. Krass. Weil es einfach auch voll ins Auge geworden ist. Ich habe von den Jungs jetzt auch noch mitgekriegt. Die sind zufrieden. Können wir auch mal jetzt gleich nochmal fragen. Hier die Jungs sind bis gerade durchgerockt. Und Sebastian, wie war es für euch heute? Ich habe ja bis zum Mittag mitbekommen. Bis ich dann... Ich stand ja... Ich war ja jetzt zweieinhalb Stunden nicht hier oder so. Das Abstellunternehmen und so, die haben dann über eine Stunde gebraucht. Und ich habe euch ein paar Mal fahren sehen. Aber dann war ja auch rot. Aber bei euch war der zweite Tag auf der geilsten Rennstrecke der Welt. Also der erste Tag für euch mit dem Auto und der zweite Tag mit dem Auto. Wie war es noch für euch? Sag mal. Ja, war spannend. Auf jeden Fall. Wieder ganz anders als Zahnfocht. Auf jeden Fall schöner. Aber auch anspruchsvoller auf jeden Fall. Aber kein Kratzer, ne? Kein Kratzer. Kein Kratzer. Wie viel rum seid ihr zusammengefahren heute? Ihr zwei? 20, 22, 25? 22 um. Ja. Gut. Und von den Zeiten her, muss ich sagen, hat mich das auch echt gewundert, dass beide von euch relativ schnell an den RCN V4 Zeiten, ihr seid da gar nicht weit weg. Ich will euch ja nicht loben. Autos funktioniert einfach gut. Aber ihr macht das echt, also wir haben euch da anscheinend ein gutes Auto gebaut. Nein, ihr macht das echt gut. Also Auto funktioniert richtig, richtig gut. Leider muss man sagen, war ein bisschen wenig Fahrzeit heute. Wir werden gerne mehr gefahren tatsächlich. Mein zweiter Stint mit den sieben Runden, davon konnte ich zwei Runden fahren. Dann war Öl auf der Strecke, da habe ich mich fast verabschiedet. Da sind bestimmt drei Runden drauf gegangen und dann ist dir zum Glück nichts passiert. Wegen mir war bestimmt auch zwei Stunden gesperrt, oder? Ja, locker. Aber man will halt fahren und das ist ein gutes Zeichen. Aber da musst du dich dran gewöhnen. Wir kommen im Motorsport. Also das ist mal ein Track Day. Wir sind heute schon viel gefahren. Es gibt Track Days, es gibt hier Track Days, da ist hier alles 20 Minuten rot. Fahr mal sonntags hier hin. Das geht gar nicht. Ja, aber so Track Days ist auch, du hast super oft und wir hatten jetzt eine Rotphase durch mich. Was war es eigentlich? Was war es eigentlich? Der das Öl verloren hat, der hat das vor, Arrenberg, ist das passiert? Nee, das ist, ähm, das ist, ähm, Werseifen. Ja, Werseifen runter passiert. Werseifen meine ich schon. Hab ich verwechselt. Aber bis hochgezogen, bis Kesselchen. Bis Kesselchen, bis der einfach weitergefahren. Das hast du an solchen Track Days. Die komplette Ideallinie, müsst ihr euch vorstellen, so ein Flatschen Öl und die ersten zwei Runden nicht abgestreut. Der Christoph ist, glaube ich, hochgegangen und hat gesagt, hier, da liegt Öl. Ich war das zweite Auto dahinter und bin, ja. Und es waren heute natürlich auch teilweise Autos dabei, dann ist so ein Volvo Kombi rumgefahren und hatte das Messer zwischen den Zähnen und davon waren einige so unterwegs. Das war schon, das ist dann auch nicht umfällig. Ja, das ist dann auch nicht umfällig. Aber das ist normal. Ja, an so Tagen auch. Was gut war, war die Runde mit dem Christoph. Die war gut. Erstmal eine Runde mitgefahren. Ich bin auch eine Runde mitgefahren. Da siehst du halt auch nochmal so Punkte oder wie er manche Stellen anfährt, so, ne? Die man selber vielleicht nicht so anfährt. Und ich glaube, wir sind echt von Minute zu Minute besser geworden. Das Auto läuft einfach. Das ist echt gut. Das wird ein cooles Projekt, glaube ich. Und wir hatten auch richtig Glück mit Wetter. In zwei Stunden regnet es wieder, sag ich euch. Heute Morgen, als wir gefahren sind, hast du das schon erzählt? Was denn? Dass hier der Nebel stand? Nein, das habe ich glaube ich noch nicht. Aber das ist so typisch Nordschleife. Also für mich jetzt als Nordschleife-Neuling. Ich bin heute insgesamt 25 Runden jetzt Nordschleife fahren. In meinem ganzen Leben. Ja. Wie viele Runden war ich bis jetzt dabei? Alle, ne? Bis auf denen heute. Ja, ich war ja auch hier. Aber sonst warst du schon mal hier? Nee, nee, nee. Wir sind ja mit dem Polo viel. Wir sind ja mit dem Polo. Polo 1, 2, TDI, sind wir ja. Und heute Morgen, ich fahre, Nebel, nass, hatte ich kurz Durchfallattacke. Und dann ging es aber dann, als die Sonne kam. Also in drei Wochen wird es ernst. Erste RCN im 24 Stunden Quali-Modus. Also 24 Stunden Quali-Rennen ist gleichzeitig. Die beiden werden 24 Stunden im Rahmenprogramm. Der RCN fahren Samstags. Aber ich glaube selbst, dass wir nur einen Tag hier hatten und einen Tag in Frankfurt. Das Auto fährt sich gut. Wenn jetzt nicht Orkanwetter kommt, sehe ich gar keine Probleme, dass ihr euch nicht hier wohlfühlt. Und diese Probleme mit dem, sag ich jetzt mal wie du sagtest, der Volvo oder hier oder da. In der RCN hast du, das sind alles Racer. Also da hast du das Problem nicht. Da bist du mit so einem Auto im hinteren Mittelfeld, sag ich mal. Oder Mittelfeld. Da schwimmst du mit. Da hast du jetzt nicht Autos, die auf einmal gefühlt drei Minuten langsamer pro Runde sind. Das hatte ich ja heute auch mit dem Lambo. Ganz ehrlich, das ist krank. Für dich ist das natürlich. Das war auch, wir haben nicht eine Runde. Also wir hätten jetzt keine wirkliche Runde fahren können. Wir konnten viele Sektionen fahren und sind auch gut durchgekommen. Aber Christoph sagt auch, Alter, das ist gefährlicher, diese langsamen Autos als alles andere. Aber das ist, wir wollten testen, ihr wolltet testen. Eine Rundenzeit haben wir heute nicht zusammengebracht. Das war auch nicht der Fokus. Bei euch nicht. Ihr wolltet Meter machen. Wir müssen Meter machen. Ihr habt ein ganzes Auto. Ich habe nur noch ein halbes Auto. Hauptsache dir geht es gut. Der Rest ist egal. Mein Helm ist verkratzt. Das fuckt mich richtig ab. Mein neuer Helm ist verkratzt. Aber gut. Trotzdem, ich hoffe, es war wieder ein tolles Motorsport-Video. Ich wollte noch mal was sagen. Es waren heute, alleine heute, fünf Leute dabei, die gesagt haben, ihr macht richtig geile YouTube-Videos. Die Jungs drüben kamen heute Morgen zwei und meinten, du bist doch der, der YouTube-Video macht. Ich sage, oh danke. Und gerade im RTW, der Arzt, also noch mal liebe Grüße an das Ärzteteam, der Arzt und vom Abschleppunternehmen zwei haben gesagt, du bist doch der, der die neuen YouTube-Videos hier macht mit Chip und ihr zeigt mal Motorsport. Das wollen wir sehen. Das haben sie, fand ich echt cool. Allein an einem Tag. Und alle sagen positiv, ihr zeigt so, wie es ist. Deswegen, ich habe auch überlegt, ob wir Fotos oder ob du was zeigst vom kaputten Auto gehört dazu. Es ist keiner zu Schaden gekommen. Wir werden euch also auch das kaputte Auto zeigen. Haben wir nichts zu verzichten. Ja, ist so. Wir haben ja, wenn da jetzt was passiert wäre, dann macht man das nicht. Ja. Aber mir geht es gut. Und man will auch einfach mal zeigen, wie so ein Auto aussieht, wenn man wirklich mit 160 einschlägt. Das ist so sicher. Wahnsinn. Also wir gehen heute noch ein Pizza essen, also ist kein Problem. Also. Wenn du dann mal ein ganzes Auto sehen wolltest, schwenken. Vielen Dank. Ja. 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 Ja.